Gut, was ich vorhabe ist nicht wirklich eine Zeitklasse, ich wollte einfach nur die Waffe haben. Die hatte ich im Übrigen nur zufällig gefunden. Weil ich zufälligerweise diesen Rattenschwanz ersteigert habe. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, diese Sache zu kaufen. Ich weiß es nicht. Ich bin beschäftigt, verschwinde. Oh, was machst du denn hier? Oh. Oh... Hm, da ist ein Loch. Mehr nicht? Mir geht ein Lichter auf, ja? Hier reingeschoben und passt wie angegossen. Äh, mittlerweile. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Jetzt fährt er ja wieder bis nach oben, danke. Kein Problem. Oh, will das glanzeln? Hm. Es ist eher ein komischer Kotz, weil ich nicht weiß, wo ich diese Waffe bekomme. Oh, Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Komm, nimm so viele wie du willst, ich brauch die nicht. 19 Aquamarine. 19 Aquamarine. Pfff. Okay, strange. Ja, da hab ich mich wahrscheinlich doch geirrt irgendwie. Ich hab doch, ich hab hier doch die Sache bekommen, ich weiß das. Na gut, praktisch, wenn man grad einen PC nebenan hat. Vielleicht guck ich da grad mal. Würde ziemlich gern wissen, wie man da die Waffe bekommt. Und. Du 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 du. Vielen Dank. Ach so, warte mal, ein Mann an der Pension. Merkwürdiger Ort. Merkwürdiger Ort. Okay, ich gucke vielleicht doch gerade mal im Internet, wie man die Waffe bekommt. Ja, ist ein bisschen blöd, sorry, aber... Mir bleibt leider nichts anderes übrig, ich finde es irgendwie nicht, ich bin zu dumm dafür, glaube ich. Ja, ich gucke vielleicht doch gerade mal im Internet. Ja, ich gucke vielleicht doch gerade mal im Internet. Okay. Okay. Merkwürdig. Vielleicht habe ich doch was Falsches gemacht. Wahrscheinlich ist der Rattenschwanz ein Item, was man dafür bräuchte. Okay. Laut Internet, wie ich es jetzt gerade so gelesen habe, brauche ich die Sache, den magischen Finger. Ja, diesen kann ich ja steigern, wenn ich vier bestimmte Items habe. Dogas Artefakt, Ohne, Spiegel, Rattenschwanz und Griff von Herz. Wenn ich die dann irgendwie nochmal verkauft habe, dann kriege ich den... kann ich den... dieses... diesen magischen Finger ersteigern. Und dann muss ich den irgendeinen Typen hier in Dagorio geben und er gibt mir dann das Schwert Excalibur. Ja. Das wollte ich nur haben. Gut. Hat sich erklärt... äh, hat sich geklärt. Ja, ich hab... äh, wahrscheinlich hab ich da einfach mal irgendwas alles mögliche gekauft. Ich fand das wohl ziemlich genial und... ja. Witz auf jeden Fall. Haben wir uns dadurch wirklich, äh, Zeit gerade. Ja, vermasselt kann man sogar sagen. Zeit verschwendet. Okay, tut mir leid, Leute. Jetzt machen wir aber wirklich weiter. Ich war mir da jetzt echt nicht mehr sicher, deswegen... vor der Schubinstag, warum das denn? Wenn es wirklich ein Teleporter ist, wie Lili vermutet, dann sollen wir... sollten wir reinspringen. Springen und wenn es nun kein Teleporter ist? Vertrau mir, wird schon schief gehen. Hm. Nett. "...därken", eben... krä devotee zu der St穗... wäre dann ja auch das miserabisch aneig... ... eineoksersionale Teile. W Heidi, wir Quadratmeter, sobalen Sie im Augenuriau? Nichtsdestotrot上... Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das hier Terror? Was ist das nur, dieses Licht? Warum? Endlich hast du deinen Weg hierher gefunden. Die Zeit ist gekommen, doch manche sind in Hass. Wer bist du? Meinen Namen möchtest du wissen, so nenne mir deinen. Wer bist du? Ich, ich bin, wer bist du? Ich wollte mich doch gerade vorstellen, hat man dir keine Manieren beigebracht? Der Name, den man bekommen hat, weist der einen als ich selbst aus. Auch du scheinst vom Glanz des blauen Mondes geblendet zu sein. Was weißt du schon? Kommst du von Terra? Du bist der Unwissende. Komm und sieh für dich selbst, Terras anmutige Gestalt, wer du eigentlich bist. Hey, warte! In Luft aufgelöst. Zidane! Lilly, geht es dir gut? Ja, und allen anderen auch. Lass uns gehen. Wir belassen das Team. Zidane! Boata! Ch记st du die Woche! Bins dem nehmen! Stay here! Bins dem nehmen! Blass uns da das gefällt! Bins dem nehmen! Bins dem nehmen! Bins dem nehmen! zuzugehen was dieses latex trug aber erst mal gucken als opfer von der zauber jetzt werde ich mal mit ragnarok kämpfen so terra hey die sind verschwunden einfach so ja cool das ist eine schatztruhe hypnose mützen cool noch mehr drachenreif cool 2 items schon wieder gefunden 2 ausrüstungsiteln im übrigen bin ich hier erst das dritte mal für die leute die fragen würden ich bin das dritte mal erst hier ich kenne mich hier nicht so gut aus aber ich weiß dass es hier das hier scheiß gegner sind so richtig scheiß gegner was haben wir voll die augen von thomberg Herr, gib mir Reflekt. Es sah so aus, als ob es zu mir gegangen ist. Herr der Kreise. Joa, 1500. 1000. Alter, wie weit hier. 1218. 2400. Cool. Ich glaube Excalibur hat nicht so viel Kraft wie... Die Ragnoroth. Das hilft wieder. Ach Blende, ernsthaft. Tja, ein Herr der Kreise weniger. Aber die halten relativ viel aus. Das ist nicht so dolle. Die haben hier voll auf Lili abgesehen. Haben wir gar nicht gesehen, wie viel er es gezogen hat. Auf jeden Fall noch nicht genug. So weit können wir schon mal sagen. Riechend gut auch. Ernsthaft. ... ... ... Er ist doch verfehlt. Mensch der hat ja aber Zauber hier in Rollen. Ok 1748 raus. Ok 9408 EP. Nice. Hatte ich jetzt nicht erwartet. So die... ...blenden wir natürlich weg. Elixier. Können wir immer gebrauchen. Hey warte! Was ist das? Sieht ja fast so aus wie Zidane. Was? Aber die Kämpfe. Die Kämpfe sind immer häufiger. Ne? Liebe Leute und Freunde. Nur bei den Kämpfen wird nie gespart. Oh Gott. Kämpfe sind immer warm. Ok. Die sind gefährlich. Jede Wette. ... ... Der Talalto. Äh, äh, w-w-was? Die haben einfach Yoh getötet, ich glaube, es hat Ja komm, jetzt kommt er mit Feuer an, ey Ja, Stein hat leider nicht so eine gute, ähm, Ausrüstung und ist halt noch nicht so stark Also im Level-Bereich Stark ist er natürlich stärker als wir alle Aber ordentlich stark Aber so richtig, ey, 5000 Geil